Lian, der Flächler ist, Digga. MBR, MW2, Black Ops 2. Da hab ich mich draufhört mit vorne. War Black Ops 2 auch schon? Ich glaub Black Ops 2 auch schon, ja. Black Ops 2 auch schon gewagert. Ich hab wirklich schon Kaiser. Wie schreibt man das? A-A-Y-Z-A-A-B Oh mein Gott. Vielleicht bin ich halt auch einfach nur dumm, keine Ahnung. Kurz leise. Was ist denn jetzt dabei? Ich glaub einer wollte uns stream snipen, hier. Ich hab den komplett gefehlt. Wer bist du irgendwie so voll die Gichte, Digga? Soll ich hier dieses Kopfbild annehmen? Jojo, ne Mann. Ich weiß nicht, eventuell so. Ich geh mal in den Shop und auch die kaufen. Nee, ich geh mal. Lowdie sagt man oder das? Ja, ja. Wie willst du das denn? Das ist eine Ausrüstungslieferung. Auslieferungs... äh, Ding. Nein. Auch mal Auslieferung. Ach komm, keine Ahnung, wie das auf Deutsch überhaupt heißt. Ausrüstungslieferung, ja. Any plates? Ja, da liegt eine Platte, was? Lieben, da, guck mal. Ja, da kannst du nur auf eine UAV kaufen. Bestätige Geldlieferung. Was meinst du? Kannst du nur noch eine UAV kaufen. Raus, Liam. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ja. Lieben, komm mal mit, lass mal auf die zwei hier bei uns gehen. Okay. Beziehungsweise einer. Lass uns schnell jagen, bevor der... Das Gas nähert sich dir. Warte, die Drohne geht jetzt schnell weg. Klaus. Mann, die Krimschen hier so rum. Die Drohne hat ja wirklich nur die Kunde, ja. Da ist die Kunde. Ja, die Hälter nicht mehr. Tja, Klaus. Tja, Klaus. Oh, Mann. Schau mal mit. Das Top-Gelt-Siel wurde aus. Das ist gut gemacht. Ich hab vergessen, die Zahnmolierer zu machen. Das ist die H-Mosik ausgedacht. Ich weiß ja, ob die H-Mosik ist oder nicht. Aber die verstehe ich, du bist. Du bist nicht zufrieden. Du bist nicht zufrieden. Du bist nicht zufrieden. Nein. 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 Unter euch rein. Unten, unten, unten. Unter euch rein, Jungs. Oh, hab ihn. Oh, den hast du geklaut, ja. Unter euch. Nein, hinter mir noch. Oh, oh. Auf meine Leiche, Jungs. Oben auf meinem Dach. Was ist das? Ja, ich komm jetzt. Nein. Ja, komm und rum. Wo ist der andere geschoben? Ich bin ein Dach da. Auf green, äh, Sergen. Links von euch. Nein. Ja, da hab ich andere. Moin, moin. Wie wird das? Oh, nein. Hein, Hein, Hein. Weg oder was? Kann man carry'n? Ich wurde gesnive vom Boneyard oder so. Keine Ahnung. Andere Befragung. Carry'n? Achst du so in vorne ertragen, so? Ja. Ne, ne, das geht nicht, Digga. Stopp was nicht. Stopp was nicht. Was ist markiert? Kopke, Ziel identifiziert. Hm? Weiß es glaub nicht. Wer vergranate. Ja, da oben ist einer. Der war hochsteig drauf. Ich hab den Baus hier. Ich hab den, ich hab den. Ach, Mann, Digga. Ich seh niemanden. Werken wir die? Nice. Bro. Oh, auf dem Dach. Auf dem Dach, Jungs. Äh, beim Marker. Nein, vor mir noch einer. Nein. Am Shop, am Shop, am Shop. Auf dem Dach und, äh, am Shop. Hier, man sieht ja auch was sie sehen hier in deinem Typ. Ist ja... Also, wer ist der Typ? Wer ist der Typ? Oh, den liegt ja auch. Den auch noch für schnell verlegen. Kann ich noch eine Brune kaufen? Ich hab noch 8k. Hm, eins geht da? Ja, der läuft ja, der läuft ja, oder? Bleib mal. Bleiben, aufpassen. Ja, ja, hab ich verstanden. Eben, die sind. Eben, die sind hier. 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 Oder? Ah, ne. Fuck, ich... 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 Eben, der ist da auf die rechts. Das sind hier Leute oder so. Naja. Junge, hat 10 Sekunden geworfen mich zu... Ja, ich hab's gesehen. Du gräts. Du gräts. Du läufst zum Beispiel über die Straße. Er guckt so langsam nach rechts. Hier. Du gräts. Das ist so lang geschickig und kämpf an meine Chance, wieder eingesetzt zu werden. Ah, 2. So, Liam. Ist da noch einer? Er ist um die Ecke, da um die Ecke. Hier, hier, hier. Hier und hier von vorne, shitwack wieder, oh mann ey, Digga wie ist das kein Headshot? Was denn hinlegen? Ich frag mich schon, wer hier drüben ist. Was wärst du denn, Nachtsmeister? Gib mir deine pinken Kugel, ich will sie wieder. Ich höre ich schon, ich höre ich schon. Die will zur Scheidelfahr, Digga, die hat mir richtig angesagt. Die ist doch geil. Wird doch wahrscheinlich auch Meta werden. Momentan ist es ein bisschen schwierig abzuwägen, was Meta wird. Da notieren welche von Feuerwachersergen. Warte, 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 warte. Du spielst auch Keyword, oder? Ja, ja. Vorne, Merle. Einer, shitbreak. Wir müssen aber alle zu mieten. Einer ist genau hinter diesen Kisten da. Ja? Kannst du Muni geben? Ah ja Muni. Achso, ich hab nichts, ich hab nur ne Waffe grad genommen, ne neue. Ja, warte, kann ich nicht einfach nochmal nen Loadout nehmen? Egal, egal. Ja, ja, kannst du, dann kriegst du einen Mech. Genau. Fisch dir kurz den Blumen zu geben. Äh, da ist ein Fullteam. Einer unten nur getötet. Der ist in der Luft. Also greitet der irgendwo raus. Oh, einer ist. Fuck. Entgekackt. Hast du ihn noch? Ja, nice, 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 nice. Ich bin safe. Ja, ich kann mich selber arresten, aber du kannst vielleicht kurz drauf. Tipp mal kurz drauf von mir, mein Lieber. Dann behalte ich mein Safe, weißt? Äh. Safe mehr, hier waren 5 Gegner oder so, boah. Vor mir Sögen, hier hab ich. Bin getroffen! Links von mir noch. Ich hab noch Hilfe. Genau vor mir jetzt. 12 Uhr. 12 Uhr. Ich mach safe. Genau vor mir irgendwo. Ach, Digasch. Stunt. Nein. Keine Ahnung wo der ist. Ich hab ihn in Stunt. Ich hab ihn auch Stunt. Nee, nicht. Oh, richtig. Kurz. Ähm. Ich, 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 ich geh auch vor mir jetzt. Die Stunt sind die, die kommen. Hier so. Zwei noch Särgen. Fuck. Einer She-Break. Ähm. Die sind unnormalen Hauptfush da gewesen. Äh, no, 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 no. Ein Pushing. Ich hab gleich den einen, nein. Ah, okay. Wo ist der andere? Wie hab ich? Ich weiß nicht. Weiß rechts. Das vor mir. Vor mir. Ab mich. Ab, 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 ab. Switch Seed, switch Seed. Damit die nicht raussnipen können. Alles gut, alles gut. Aha. Alter, ist der Chief runtergefallen. Ha. Ich in dem Haus neben mir. Ja, Bro. Ich kann mal. Mach. Mach's weg. Mach's weg. Mach's weg. Der Ausrüstungslieferung. Ist der da drin? Der ist oben drin, Digga. Das ist unten drin. Oh. Oh mein. Oh mein. Hab ich keinen Save-Revive? Andere habe ich gesehen. Nein. Wo sind die Jungs? Tschüss. Fuck. Hallo, Seth. Hast du safe, Sergen? Ja, ich habe mich gerade noch so saven können. Ne? Noch einer neben uns. Oh mein Gott. Big Kill, Sergen. Das ist dein Herz, Digga. Da oben ist einer, ne Jungs? Beim Marker. Ja, es müssen zwei sein. Wir müssen uns aber entgegenkommen. Liem, komm her, komm her, komm her. Wir fangen die ab. Liem, mach du den letzten Kill. Ja, ja. Ich habe ihn gesehen, in einem. Ah, das ist... Ich glaube... Schau mal, ich glaube... Ich glaube, der ist noch genockt von mir oder so. Ja, der ist genockt. Also lass Liem einfach irgendwo auf den Punkt. Ich habe keine Partner. Nehmen mir, neben mir, neben mir. Hier am Baum, am Baum, Liem. Nice. Finish the move, finish the move. Weißt du, wie es geht? Nein, 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 nein. Nein. Als ob ich den letzten finishen muss, damit... Ach so, weil der Selfie noch hat, oder was? Nein, nein, nein. Ich wollte, dass du Messer gedrückt hältst, hinter ihm. Dann kommt so eine Animation, weißt du? Ja. Verstehe ich schon. Also wenn er genockt ist, kann man halt finishen muss geben. Easy. Lol. Als ob jetzt noch mal alle so am Ende... Boah, Bruder, keine Zwanziger. Warum bässe ich noch eine Schade? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!